Hier, ähm, die vier Mahnabellen. Ah! Herr Olaf? Moment. Ja. Da hinten, wo die Knallgurke explodiert ist, wo sie bei... Bis bald. Ja, das möchte bitte noch repariert werden. Das ist schon hier in meiner Hand. So. Ähm, können Sie mal kurz mitkommen? Ich glaube ich nicht. Hat der Herr Ramon noch keine Rüstung gemacht? Ich habe kein Geld, um das zu zahlen. Da gebe ich Ihnen nachher so eine gehärtete Lederrüstung. Ja, okay. Ich bin gerade am Monster töten, deswegen. Ja, das bin ich genauso. Ich habe schon etwas über 10 Coins eingesammelt. Oh, das sind doch nicht so viele. Ja, mit der Hand ist schlecht. so alles sicher wo steht denn der zauber zeigen sie mir den mal geben sie mir noch diesen mantel bei mir wird das auch nicht angezeigt darf ich mal so dann will der ein bisschen was von uns haben ja gut hab ich das gerade richtig verstanden haben sie gerade gesagt oh ein gehirn oder sie haben ein gehirn ich hab kein gehirn und da war ein gehirn dann haben sie jetzt eins ne hast ja gegessen ohne worte ich hoffe das sieht jetzt keiner das ist voll da als stadtherrn wähle ich eikvertreter hera ich ein Wir machen das anders. Ike, Sissy. Ramon. Oh, das wird spannend. Schon wieder Darko. Schon wieder Darko. So, das ist ein sehr bescheidenes Ergebnis. So, dann andere Frage. Brauchen Sie verzauberte Angeln? Hallo Herr Ike. Nein. Schade, haben Sie die Quest schon fertig? Thron? Welche? Ja. Da hinten sind keine Thronen. Kommen Sie mit. Das hier in der Mitte ist ein Thron. Äh, eigentlich normale. Hallo. Ich geh schlecht. Normale Thron? Oh, muss ich gucken, ob ich die herstellen kann. Jetzt mit dem Material, was ich hab. Okay. Äh, wie viel brauchen Sie denn? Äh, so eine Doppel. Klappel. Vorsicht! Tut mir leid. Was wollte ich denn denn? Kann ich ja nicht sagen. Ich hab die Doppel. Ich hab die Doppel. Ich hab die Doppel. Ich hab die Doppel. Und jetzt hört mir ein schwarzer Stein. Wie viel Thron brauchen Sie denn jetzt? Vier. Da, bitteschön. Geschenkt. Danke. Mann, Mann, Mann. Äh, Herr Ramon? Haben Sie, haben Sie fünf Minuten? Ja. Ja, ja. Ja. Ciao. Ja? Äh, ich hab jetzt mal in das Wahlergebnis des Stadtherrn reingeguckt. Haben Sie den Herrn Darko schon überprüfen können? Er war bisher eigentlich nur heute, äh, heute, 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 heute Morgen. Ähm, oder Nachmittag, äh, bei mir und ich hab nicht dran gedacht. Moment. Ist da jemand drin, oder was? Da war, da war jemand drin. So einer hier. Nerven. Ja, deswegen, ich vertreib die Ocean aus meinem Haus. Das ist schlimm mit denen. Ja. Äh, also konnten Sie ihn noch nicht überprüfen? Ne. Schade. Weil, bevor wir das nicht gemacht haben, können wir das Wahlergebnis nicht bekannt geben. Ja, den hab ich oben. Ja, das geht rein. Gönne. Entschuldigung. ist ihr bei mir? na ja es steigt rauch aus ihren füßen auf das ist wahrscheinlich sie sollten vielleicht mal wieder duschen gehen aber wenn man sich so von hinten anschleicht das dürfte gar nicht auffallen und mit einer perle ich überlasse das beim herrn daco ganz ihm da sie ja zu ihm guten kontakt haben wegen den ärzten gut und ich werde jetzt noch eine runde mit meinem flugschiff drehen das muss mal wieder bewegung gesetzt werden bevor es rostet was möchten sie wollten dass ich aus dieser kartoffel eine maske mache ja genau und ich habe es geschafft jetzt erkennt mich keiner mehr jetzt passt es endlich was bekommen sie denn ja warte muss ich kurz hochrechnen also aufwandskosten plus zinsen ein moment noch ganz kurz kann sich nur auf dem stumpfen handeln haa genau es ist echt nicht billig es kostet mal einen füßen string das ist eigentlich praktisch nix wert also sagen wir so 20 coins dann sind wir bitte was nein zwei coins zwei coins sind und das eine ist trinkgeld dankeschön tschüss tschüss so ich wollte mir schon immer mal diese insel angucken was da oben so besonderes ist man kann sich sogar drehen oh das ist cool so stückchen tränen hallo 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 wer sind sie was herr melancholi ok was möchtest du von mir ernsthaft jetzt hallo da kam was raus ja ich werde mal gucken was ich tun kann ja ich werde mal gucken was ich tun kann so gehen sie runter das ist mein block mein spielzeug können sie mir noch so ein paar tun basteln arschloch ja kann ich machen kommen sie mit ich habe davon den tun habe ich noch mehr als genug wie wir brauchen sie denn ich hatte doch hier mehr als genug Kisten ach ja da sind gleich acht Kisten dankeschön tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020